Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Seba. Yo Leute, was geht ab? Joko, wenn's bei dir am Start. Und ja, heute fangen wir eine neue Serie an und ja, Markus erklärt sie mal ganz kurz. Und zwar, das war meine Idee, die Serie heißt ja wie schon eben in der... Also lasst uns erstmal in die Ecke stellen, weil sonst kühlst du mich und ich laber hier rum. Also, die heißt, wir spielen gegeneinander, wir machen solche Beefs, solche Duelle, dies, das, ananas so eben. Und ja, wir haben jetzt überlegt, wir machen fünf Runden und verschiedene Dinger, was wir euch jetzt aber noch nicht verraten werdet. Was wir euch jetzt noch nicht verraten werden. Und ja, und der Verlierer, ich hab mir gerade überlegt, da ist mir gerade einfallen, der Verlierer, da muss uns was machen, und es ist eine Aufgabe, dass ihr entscheiden dürft. Und zwar ist es peinlich jetzt auf YouTube oder keine Ahnung. Und zwar ist es, lasst euch was einfallen. Ansonsten hab ich schon was. Aber lasst erstmal eure Ideen frei laufen lassen und ich würd sagen, ab geht die Luzi. Jo, heute fangen wir mit dem ersten Duell an, Sniper-Duell. Also, dass es ein zu sicher ist, ich werd gewinnen. Weil der Markus der schlechteste Sniper ist. Eine Woche lang kein COD mehr spiel, weil unter der Woche spiel ich fast nie, ey. Und ja, wir haben uns Let's Beef genannt, weil wir uns das übelst Beef anmachen, ey. Weil da ein Lappen ist. Guck ihn doch mal an, Alter, das. Guck mal hier! Und jetzt... Und ja, es gibt bis 20 Kills. Scheiße, ich hab meine falsche Taste-Maus am Start. Jetzt heute schon wieder rum, wie ihr es hört. Weil er einfach nicht verlieren kann. Hey, jetzt, Mann. Junge, verpiss dich mal von dem. Äh. Äh. Guck mal, ey, ey, das liegt nur dran, weil er am besten Ping hat. Weil er der Host ist, Alter. Soll ich dich halt. Weil ich der Host, Alter. Wenn man zu dumm ist, KWBW. Das ist nur, weil er der Host ist, ey. Weil ich spiel hier mit so einer... Was weiß ich was für ein Scope? Leute, hört ihr es euch an. Er kann nicht verlieren. Ey, warte, ich muss erst mal kurz... Ja, Jungs, Leute, das geht ja. Warte mal, Leute. Es kann nicht weitergehen, Alter. Ich muss erst mal kurz umbauen. Leute, er hat schon Angst. So, Leute. Ja, so wie ich, so hab ich mit dir jetzt auch gemacht. Wir spielen übrigens bis 20 und sich mein Empfindlichkeit voll low. Oh, das wird zu Null ausgehen, Leute. Alter, ich snipe sonst nie, gell? Ihr habt nicht einmal schon snipen gesehen? Den ersten Punkt geht an mich, würde ich sagen, gell? Alter, ich fick dich. Meine Maus, was ist da los? Oh, nur zu rum. Alter, ich glaub, ich muss gleich... Komm schon. Ach ja, wir ist Quickscopen übrigens. Oder wir versuchen es. Markus versucht es. Sniper, spielst du eigentlich? Die ist er. Meine Geheimwaffe. Komm her. Ja, wow. Ey, nur weil's rumleckt ist. Ich war voll... Ich war voll drin, aber... Ey, dir ladet tausend Jahre nach. So, wo bist du? Ey. Ey. Bist du... Junge. Oh, fuck, Alter. Ich hab dich getroffen, du Lappen. Wow. Blutgünstig. Leute, ich mach ihn fertig. Hast du kein Hardcore drin? Machen wir auch nicht. Haben wir auch gesagt. Das ist ganz normal, es bleibt nicht mehr echte Leben, ne? Da, 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 da. Ich dachte, der Kopf von der einen Seite. Da, immer ein bisschen gespielt, ey, da hab ich mich richtig zerstört. Schönen... 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 All den... Loh... 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 So, wollt, ne Golden Estreipast. Zin Gipf... Wui. Schon wie die Hitmarker? Ich hab' mal drin, ne? Ey, das ist richtig unfair. schlussiert wird zudem lehrt glaubt der erste punkt geht schon mal nicht ich denke ich bin und wie die nächsten tausend punkte auch alle spiel drauf als erneut um als manchmal 15,5 reitig und weniger ich bin ein Kein Sniper. Ich dachte, so, was machen wir das jetzt? Ja, Sniper gehört immer dazu. Ey komm, ey, der hat ein Hack drin! Er hat ein verdammten Hack drin! Oh fuck. Ey, jetzt muss ich nachladen, ich krieg so ein Kotz. Ey, ganz ehrlich, normalerweise stellst du schon 8 zu 2, aber... Sag's kein... Alter... Ja, Leute. Schon aber... Ja, Leute! Ich... ich zerstör'n jetzt. Ich zerstör'n. Hals, mool. Ich hab keine Chance gegen mich. Da war er. Da rente der Lappen, jetzt komm rum. Schön, ja. Alter, guck mal, er versteckt sich wieder, gell? Ja. Schaut's euch an, wer versteckt sich, er oder ich? Oh! Ganz ehrlich, wo stößt? Neben mir sitzen alle, ich würd die erst mal so ein Backpfeiler geben. Bär! Bär! Lalalalalalalala. Wie ist das? Schalalalalala. Schalalalalala. Lalalalalalalala. Ey, du hast ne UV! Hä? Du hast ne UV aktiviert! Echt? Ja? Hoppala. Ja, dann bleib bald weg. Hoppala! Halt nicht so rum, ich würd dich ja so fertig machen. Hoppala! Er weiß schon, wo ich die ganze Zeit bin, Alter. Ja, ich renn ja jetzt rein weg, du Lappen, Alter. Ja, UV und so. Ah, mich haben vergessen rauszumachen. Aber halt mich aktivieren. Passiert, jetzt ist sie weg, Schau. Lappen. Was bringst du hier? Hast du auch so keine Stolz? Brauch... Hab... 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 ein Perk, damit der Schneider reinvisieren kann, oder? Nein. Loos, was für Perks hast du drin? Leute! Tja, Markus. Ich glaub, dass... Die erste Runde wirst du locker verlieren, ne? Fick dich. Ich hab's wieder auf... auf andere Waffe gewerksleit. Mit ARCOG-Visier. Oh fuck ey, was für Fels grad drin sind jetzt. Das ist doch kacke! Zeo, die vier konnten wir einfach am besten snipen, ey. War am einfachsten. Komm, zehn Kills schaff ich, Leute. Zehn Kills gehen. Du wirst gewinnen, also Kämpfer um den Sieg. Kämpfen bis zum Ende. Ey, du wirst mich verarschen, ey mei. Ach so, du bist hier. Den, 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 den. Die Worte macht weg aus. Jaaa! Splappen. Also ich brauch noch fünf Kills und dann hab ich die erste Runde gewonnen. Der fick dich. Weil das ist meine Favoritenrunde. Weil bei den anderen... Bei den ganzen anderen Runden, Alter. Was wir noch machen werden. Ey, ich hatte auch mal nen Hitmarker, ey. Ey, du leckst rum! Leck ich gar nicht. Ich spring mir in den Geschöter rum. Ich hab grad rumgeleckt. Headshot, ich hab eigentlich auf den Kopf... Nicht auf... Ganz ehrlich. Es liegt nur ordentlich an der Verbindung grad bei mir. Leute, hört dies euch an. Der Lappen hat immer eine Ausrede, wenn man verliert. Komm her! Jaaa! Ey, ich stand... Guck mal! Guck mal die Killcam an. Glaub mir, es liegt nur am Host. Tja, wenn man kein gutes Internet hat. Ich glaub, ich hab einfach die falschen Aufsätze hier drin. Ich hab keine Ahnung. Guck! Vierter Hitmarker, oder wie auch immer, ey. Noch drei Killz, dann... Hab ich den ersten Sieg. Warum mach ich immer Hitmarker? Und du nicht? Du erst ein einzig Mal? Weil ich da ein Noskop gemacht hab. Du musst... Brusthöhe. Aber... Brusthöhe, dies, das? Ja, guck, was ich zeig dir. Wo bist du, Lappen? Ich schieße mir deinen kleinen Zeh, oder wie? Boah, was ist denn los? Ich treffe gar nichts jetzt. Ich würd sagen, Let's have three-sixties. In Scope, hier, was das ist. Geh? Haben wir gesagt? Wenn nicht. Wenn nicht gesagt, aber... Jetzt, dann hab ich gewonnen. Ja. Guck mal, Leute, hört es euch wieder an. Jetzt, jetzt mach ich, weil ich noch meine fünf Kills. Alter, ich hab dich... Ich... Du standest grad vorhin und bist weggelegt. Ne, ich bin weggesprungen. Nein. Ey, wir haben nicht gesagt, dass wir so machen, gell? Doch. Nein. Du hast es... Leute, hört es euch wieder an, ne? Vorhin genickt, weißt du? Hallo, ich bin hier, du Lappen. Du, 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 du. Jo, hui. Ey, ich hab doch gar... Naja, ich wollte selber erstmal ne... ne... ne Chance geben. Ja, wir haben gar nicht gesagt, dass man das so machen muss. Also, Duffy nenn mir das Let's Beef, also mach ich dich jetzt so tot. Mir egal, wie ich den jetzt mach. Alter. Komm her. Wir haben nicht gesagt, wie, Alter. Ich lass. Wisst ihr, er will jetzt ganz schnell die Regeln umbauen. Woah! Mann! Mann! Deine Waffe ist viel besser. Nicht nur bei deinem Gold ist, ey. Mal schauen, nur weil sie Gold ist. Leute, jetzt reicht es mir. Ich hab keine Ahnung. Jetzt werd ich hier ein paar Punkte geben, jetzt ist mir über. Weil, der will mich bestimmt verarschen. Da liegt der da auf dem Boden, wie so ein dreckiger Dreckslappen. Alter. Boah! Fuck! Ey, ey. ganz ehrlich. Ich wär fast disqualifiziert. Ey, ich hab schon tausend Hitmarker gemacht. Ganz ehrlich, ich hab echt fünf Hitmarker gemacht. Äh, er hat rumgeleckt. Ey, das geht ab. Fick dich. Hitmarkers. 1-0 gelobt. Sieg! Sieg! Guck mal hier. Wo kam der Hitmarker? Guck, da hat er rumgeleckt. Guck! Guck! Boom! Haha, ich hab nicht mal getroffen. Jo Leute, das war Duell 1. Geht an mich natürlich, den Besseren von uns zwei. Und ja, ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich sag auch Ciao und Seba ist ein Missgeburt. Ciao. Halt's mal. Guck mal. Guck mal. Vielen Dank.